Haltet eure Klobürsten fest, liebe Leute, denn jetzt wird's blitzblank. In einer aktuellen Folge der Erfolgsshow, die Höhle der Löwen, hat ein revolutionäres Produkt für Furore gesorgt. Macht euch bereit für WC-Star, die genialen Reinigungstabs, die unsere Vorstellung von Toilettenhygiene auf den Kopf stellen. Seien wir mal ehrlich, die Toilette putzen gehört nicht gerade zu unseren Lieblingsbeschäftigungen. Es ist eine schmutzige Angelegenheit, es stinkt, und diese aggressiven Chemikalien? Igitt. Herkömmliche WC-Reiniger sind oft in sperrigen Plastikflaschen verpackt, die unsere Mülldeponien belasten. Und wer will schon schrubben und schrubben, nur um dann festzustellen, dass hartnäckige Flecken einfach nicht verschwinden wollen? WC-Star ist hier, um diesen Putzfrust mit seinem innovativen Ansatz für Toilettenhygiene zu verbannen. Diese kleinen Tabs haben es faustdick hinter den Ohren. Einfach einen Tab in den Spülkasten geben und voilà! Mit jeder Spülung gibt WC-Star einen kraftvollen Reinigungsstoff frei, der Kalkablagerungen bekämpft, Gerüche beseitigt und ihre Toilette strahlend sauber hinterlässt. Die kreativen Köpfe hinter dieser genialen Erfindung sind Namegründer 1 und Namegründer 2. Zwei visionäre Denker, die sich nicht mit dem Status Quo zufrieden geben wollten. Zwei passionierte Unternehmer mit der Vision einer saubereren, grüneren Zukunft. Sie haben sich zusammengetan, um eine Lösung zu finden, die nicht nur effektiv, sondern auch umweltfreundlich ist. Sie waren den ewigen Kreislauf aus Plastikmüll und aggressiven Chemikalien leid, der unsere Umwelt belastet und unsere Gesundheit gefährdet, der mit herkömmlichen Toilettenreinigern verbunden ist. Diese Produkte sind oft voll von schädlichen Chemikalien, die nicht nur unsere Gewässer verschmutzen, sondern auch unsere Luftqualität beeinträchtigen. Ihre Mission? Eine effektive, umweltfreundliche Lösung zu schaffen, die die Toilettenreinigung vereinfacht. Und haben sie abgeliefert. Mit ihrem innovativen Produkt haben sie eine Revolution in der Reinigungsbranche ausgelöst. Sie haben unermüdlich geforscht und getestet, um sicherzustellen, dass ihr Produkt nicht nur umweltfreundlich, sondern auch hochwirksam ist. Ihre Hingabe und ihr Engagement haben sich ausgezahlt. Die Rückmeldungen der Kunden sind überwältigend positiv. Viele berichten, dass sie nie wieder zu herkömmlichen Reinigern zurückkehren werden. Die Benutzer schätzen die einfache Anwendung und die beeindruckenden Ergebnisse. Ihre harte Arbeit und ihr Engagement wurden auch von der Industrie anerkannt. Sie haben zahlreiche Auszeichnungen für ihre Innovation und ihren Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft erhalten. Name Gründer 1 und Name Gründer 2 sind nicht nur Unternehmer, sondern auch Vorbilder für eine neue Generation von Geschäftsleuten, die sich für den Schutz unseres Planeten einsetzen. Ihre Geschichte inspiriert und zeigt, dass es möglich ist, mit Leidenschaft und Entschlossenheit einen echten Unterschied zu machen. Die Investoren der Die Höhle der Löwen waren begeistert vom innovativen Design und dem umweltfreundlichen Ansatz von WC Star. Die Leidenschaft der Gründer und das Potenzial des Produkts waren unbestreitbar. Name des Investors, bekannt für seine cleveren Investitionen in nachhaltige Produkte, war besonders beeindruckt und bot Investitionssumme für Prozentanteil am Unternehmen. Das ist mal ein Deal, der das Leben verändert. Sind Sie bereit, die klobigen Flaschen über Bord zu werfen und die Zukunft der Sauberkeit zu begrüßen? Stellen Sie sich vor, wie viel Platz Sie in Ihrem Schrank sparen können, wenn Sie diese sperrigen Plastikflaschen loswerden. Mit den neuen, umweltfreundlichen Reinigungstabs von WC Star können Sie nicht nur Ihre Toilette blitzsauber halten, sondern auch einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Diese kleinen, aber mächtigen Tabs sind einfach zu verwenden und genauso effektiv wie herkömmliche Reinigungsmittel. WC Star ist auf der Website des Unternehmens, Website-Adresse und im ausgewählten Fachhandel erhältlich. Sie können die Produkte bequem von zu Hause aus bestellen und sich direkt an Ihre Haustür liefern lassen. Wenn Sie lieber persönlich einkaufen, finden Sie WC Star auch in ausgewählten Fachgeschäften, wo Sie die verschiedenen Düfte und Verpackungsoptionen selbst erleben können. Wählen Sie aus einer Vielzahl von erfrischenden Duftrichtungen und Verpackungsoptionen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen. Ob Sie einen frischen Zitrusduft oder einen beruhigenden Lavendelduft bevorzugen, WC Star hat für jeden Geschmack etwas dabei. Die Verpackungen sind nicht nur ansprechend, sondern auch praktisch und umweltfreundlich gestaltet. Es gibt sogar einen Abonnementservice, damit Sie sich nie wieder Sorgen machen müssen, dass Ihnen die Reinigungskraft ausgeht. Mit dem Abonnementservice von WC Star erhalten Sie regelmäßig Nachschub direkt nach Hause geliefert, ohne dass Sie daran denken müssen, neue Produkte zu bestellen. So haben Sie immer genügend Reinigungstabs zur Hand und können sicherstellen, dass Ihre Toilette stets sauber und frisch bleibt. Der Abonnementservice ist flexibel und kann jederzeit angepasst oder gekündigt werden, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Probieren Sie WC Star noch heute aus und erleben Sie die Zukunft der Toilettenreinigung. Wie schlägt sich WC Star also im Vergleich zu herkömmlichen Toilettenreinigern? Lassen Sie uns einen genaueren Blick darauf werfen und die Vorteile dieses innovativen Produkts erkunden. Sagen wir einfach, es ist ein klarer Sieg auf ganzer Linie. WC Star ist nicht nur ein effektiver Reiniger, sondern auch umweltfreundlich. In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit immer wichtiger wird, setzt WC Star ein Zeichen. Verabschieden Sie sich von sperrigen Plastikflaschen. Mit WC Star tragen Sie aktiv zur Reduzierung von Plastikmüll bei. Die kompakte Verpackung von WC Star reduziert Plastikmüll erheblich. Stellen Sie sich vor, wie viel Platz Sie sparen und wie viel weniger Abfall Sie produzieren. Lang anhaltend. Ein WC Star Tab reicht für bis zu Anzahl Spülungen, was bedeutet, dass Sie nicht ständig nachfüllen müssen und sorgt so für kontinuierliche Reinigungskraft. Ihr Badezimmer bleibt länger sauber und frisch, ohne dass Sie ständig nachputzen müssen. Praktisch Geben Sie einfach einen Tab in Ihren Spülkasten und genießen Sie die einfache Handhabung und lassen Sie WC Star den Rest erledigen. Die Tabs lösen sich schnell auf und beginnen sofort zu wirken. Nie wieder Schrubben oder Schmutz. WC Star macht die Reinigung Ihres Badezimmers so einfach wie nie zuvor. Kosten günstig WC Star bietet ein unglaubliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie erhalten ein hochwertiges Produkt zu einem erschwinglichen Preis und spart Ihnen Geld für teure Reinigungsmittel. Warum mehr ausgeben, wenn Sie mit WC Star alles haben, was Sie brauchen? Zusammengefasst, WC Star ist die perfekte Lösung für alle, die eine effektive, umweltfreundliche und kostengünstige Reinigungslösung suchen. Probieren Sie es aus und erleben Sie den Unterschied selbst. Ihr Badezimmer wird es Ihnen danken. Seien wir ehrlich, ein blitzsauberer Haushalt kann ganz schön ins Geld gehen. Aber mit WC Star können Sie sich von dem ewigen Kreislauf des Kaufens teurer Toilettenreiniger verabschieden. Diese kleinen Tabs sind sehr ergiebig und bieten langanhaltende Reinigungskraft, die Ihr Budget nicht sprengt. Ihr Geldbeutel und Ihre Nase werden es Ihnen danken. Wir alle wollen unseren Teil zum Schutz unseres Planeten beitragen und WC Star macht es uns leichter denn je. Mit der Entscheidung für WC Star entscheiden Sie sich dafür, Plastikmüll und schädliche Chemikalien, die unsere Umwelt belasten, zu reduzieren. Es ist eine kleine Veränderung, die Großes bewirken kann. WC Star ist nicht nur ein Reinigungsprodukt, sondern eine Bewegung. Es geht darum, intelligentere und nachhaltigere Entscheidungen für unsere Haushalte und unseren Planeten zu treffen. Schließen Sie sich den Tausenden von zufriedenen Kunden an, die bereits auf WC Star umgestiegen sind, und erleben Sie den Unterschied. WC Star ist ein leuchtendes Beispiel für Innovation vom Feinsten. Es ist ein Produkt, das uns nicht nur das Leben leichter macht, sondern auch zum Schutz unseres Planeten beiträgt. Also, weg mit den altmodischen Reinigern und rein in die Zukunft der Sauberkeit mit WC Star. Ihre Toilette wird es Ihnen danken.